Wir sind jetzt bei Kai von Husqvarna. Kai, was ist euer Highlight? Dieses Jahr ist unser Highlight das HCX. HCX steht für Hardcross. Es ist ein Enduro, an dem wir alles verbaut haben, was derzeit top of the line ist und wir wollen damit ein bisschen den Zusammenhang zwischen unseren Fahrrädern und der Motorradmarke herstellen. Das ist einmal durch die sechs Speichenlaufräder gegeben. Es ist schwarz gehalten und lehnt sich eben an ein Motorrad an. Verbaut sind hier eben All Ahead Carbon-Laufräder mit 30 mm Felgenbreite, die wirklich Enduro-tauglich sind. Es ist eine kabellose AXS-RAM-Schaltung verbaut und das ganze Rad ist einfach wirklich ausgelegt auf Spaß bergab und auch auffallend. Bei unserem HCX haben wir einen 630 Wattstunden Akku mit dem 8000er Shimano Motor verbaut, wirklich top of the line. Wir haben ein vollwertiges Rockshox Ultimate Fahrwerk und fahren mit Magura 8 Kolbenbremsen, um wirklich einfach dem Enduro-Sport gerecht zu werden.